Hallihalüchen und herzlich willkommen zurück zu FETZ. Jetzt sind wir... Wir haben ja gerade unseren Antivirfe gefunden. Und ich würde sagen, ein Applaus wäre es schon wert irgendwie. Ja, also in den Kommentaren erstmal Applaus, Applaus schreiben von der letzten Folge. Oder einfach hier. Ich würde mich freuen. Alter! Alter, finde ich. Ich bin immer noch... Das ist immer noch die gleiche Aufnahme wie bei all den anderen, aber ich mache mir die Arbeit... Alter, du bist behindert. Ich mache mir die Arbeit leichter, indem ich einfach einen Moment nix sage und dann sehe ich halt, wo ich schneiden muss. So, jetzt habe ich dich. Und was hat das mit dem Glockenturm eigentlich auf sich? Ich möchte keine Komplettlösung verwenden, weil Komplettlösungen sind am Anfang... Vor allem für Blindspieler komplett scheiße. Oh, eine Bombe. Da muss ich sprengen. Könntest du... Vielleicht... Irgendwie... Mein Fetz! Geht doch. Mann, wie soll ich... So geht's nicht. So, da habe ich die Bombe. Jawohl! Habe ich dich auch. Bist du... Ah, du bist auch im Durchgang. Alter, das war... Alter, was für Megasprünge man vor allem machen muss. Nein! Nein! Ich hin kaputt hätte Kacken. Alter. Bist du behindert? Alter! Komm jetzt! Ich habe nichts gesagt. Komm jetzt! Ich fühle mich gerade wie im Fußball. Wo Mario Gommens auch die ganze Zeit die Tore verschießt dann. Ja! Ich meine, nicht witzig. Ja, ich habe es geschafft. Ja, endlich! Endlich hat es der Gommens auch geschafft, ein Tor zu schießen. Oh! Das ist noch eine Zweideutigkeit. So, komm. Das snacken wir. Okay, wir müssen zu dieser Tür. Hier gibt es sowieso nichts mehr. Gehen wir weiter. Was gibt es hier? Erstmal hier durchschnacken. Und... Und wieder hoch, 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 hoch. Jawohl. Wie viele Würfel gibt es denn eigentlich? Das würde mich immer echt... Wunderbar. Äh, das frage ich mich schon. Auf die viele Würfel gibt es denn? Weil ich glaube, das ist... Eine Zahl... Die man... Also, das ist zwei mit einer Potenzzahl dahinter. Aber welcher? Keine Ahnung. Ach so. Ich will erstmal dahinter gehen. Dann... Noch eine Truhe. Ich liebe Truhe. Der snack geht hier. Oh, Mets. Ist hier der Eingang? Nö. Das ist... Ein Schüssel. Jawohl. Alter, Fitte. So. Wo war... Wo gab es denn diese Tür jetzt? Alter. Really? So, jetzt hat aber... Ja, komm. Ja, geht doch. So, gehen wir durch die Tür. Mal gucken, was es bringt. Und wir sind in einer neuen Welt. Naja, Welt kann man das nicht sagen. In einer neuen... Areal. Oh, da hast du einen Hüffel. Ich hab einen... Okay, sehr... Oh. 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 Ah, ist das cool. Lol, da ist doch eine Tür. Seht ihr das? Oh. Hä? Lol, ich bin wieder zurück. Ach. Nein. Ich bin verwirrt. Zurück, zurück. Also, ich bin hier. Danke. Das konnte ich noch nicht lösen. Und das auch nicht. Aber ich bin jetzt hier. Und falls ich zurückkehren möchte, dann kann ich das hier... Alles klärchen. Nein. So, jetzt hat er im Speed... Jetzt hat er im Speed-Mode... Im Speed-Mode... Die Musik ist ja mega voll los. Und das ist... Es ist halt so 8-Bit, ne? 8-Bit. Ne, wieso? Ich bin musikalisch eine Niete, okay? Ich kann kein einziges Musik-Swatch spielen. Also verzeiht mir das. Wenn ich bei Musik voll abstinke, ja. Alter, jetzt hat er aber... Ruhig. Komm jetzt. Alter, Finne. So, jetzt hat er... Ruhig. 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 Durchgehen. Ruhig. Ruhig. Hoch. Wie will ich da hinkommen? Achso. Ah! Ich hab's nicht geschafft. Nochmal. Nein! Nochmal. Alter, Finne. Ist das ein Megasprung. Oh, da. Muss ich hin? Okay. Alter, Finne. Nein. Ach. Warum sterbe ich gleich? Bei so einem Abstand. Kann ich hier durchgehen? Oder kam ich von hier? No comment. No comment, Bro. Alter, Finne. Ich muss meine Nase putzen. Und dann... Warte mal. Ach. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. So. Alter, ich bin echt inkompetent. Ich glaub, ich brauch was... ...zu essen. Das ist immer so. Ja, ich geh... Oh, ja. Essen. Essen ist sehr wichtig. Essen ist... ...lebenswichtig. Essen ist... ...das A und O... ...bei unserer Menschheit. Ohne Essen... ...währen wir nichts. Wir wären nichts. Wir hätten nicht mal Materie. Ne, ne. Leute, ich hab schon wieder... ...eine... ...mega-Pornös. Aber wie oft ich hier rumjumpe. So, jetzt hat er aber. Und wie viele... ...sichtwinkel, man. Was uns das Spiel beibringen will... ...ist auf jeden Fall... ...man sollte... ...man sollte die Sachen nicht nur einmal betrachten... ...sondern vielleicht zweimal, dreimal, viermal. ...ein vielverschichtener Sichtwinkel. Ein Blickwinkel, so heißt das. Und wir haben... ...schon wieder ein Würfel. Ah. Ich bin genial. So. Nein, ich will noch nicht zurück. Äh. Nein, ich will noch nicht. Hau ab. Nein. Ich will noch nicht zurück. Danke. Lol. Nein, ich will... ...zurück. Ich hab gedacht, ich könnte abkürzen. Aber nix doch. So, jetzt bin ich beim Baum. Wir gehen durch den Baum. Lol. Hm? Irgendwas hindert sich daran... ...in diesem Bereich... ...die Perspektive zu wechseln. Es ist ein Totem. Ich könnte wettern. Das liegt an diesem... ...totenmännlichen Ding da drüben. Totem Ähnlichen. Ja, aber es muss es sein. Und ich hab immer noch... ...keinen Dialekt für den... ...Jungen hier. Ah ja, ich kann... ...wirklich nicht drehen. Also ich probiere alles. Alter. Wie... ...wie der aber Produzent sich hier rumspielt. Megageil. Fand ich hier irgendwie. Steuerung. So. Lassen wir das erst mal so. So. Und jetzt wieder hochschweben. Dann haben wir schon mal den hier. Jetzt gucken wir uns schnell mal um. Ah, hier ist noch einer. Boah, ihr seid so süß. Nein! Naja. Dann gehen wir schnell mal zum Totem zurück. Und mal gucken. Mal gucken. Boah, alter Finne. Mal gucken, was es bringt. Alter Finne. So, jetzt hat aber... Boah! Und die Musik. Dieser Bereich möchte ich uns vermitteln. Das... Alter, seht ihr den Hintergrund? Wir sind in einem... ...in einem riesigen Baum. Sind wir. Weil man sieht ja... ...die Blätter... ...fasst so wie Minecraft. Und ich frage mich, wann unsere erste Minecraft-Folge online kommt. Weil geplant war das... Wir zocken. Früher haben wir voll viel Minecraft gezockt auf der Xbox. Und jetzt, da wir alles gebaut haben... ...gucken wir uns nur noch die neuen Texture-Packs an. Und das war's. Ein wenig schade, schade. Also ich, Sascha und der Dumme... ...wir haben sehr viel auf Minecraft... ...auf Minecraft-Xbox gezockt. Weil ja... Am PC wollte ich das irgendwie nicht. Alter Menno, ey! Und so haben wir das halt auf der Xbox gezockt. Und... ...wir haben... ...mal so ein Glasdach gedacht. Ja, so ein Megakrass. Und, äh... Wir haben halt so gedacht, ähm... ...schaffe ich eigentlich den Sprung. Ich kann auf jeden Fall nicht die Sicht wechseln. Ah, jetzt hat... Ah ja, ich muss jetzt den Toten. So. Ähm... Steuerung. Oh, es wurde Nacht. Oh, ne Tür. Das ist ne Tür. Erstmal durch die Tür gehen. Ähm... Und wir haben da sehr viel... ...Zeit investiert. Und wir haben auf jeden Fall dieses Glasdach gedaucht. Äh... Alter, noch ein Rätsel. Ein Glasdach gebaut, ja? Was soll ich hier machen? Ähm... Und dieses Glasdach... ...sah dann von oben aus... ...wie das Xbox Guide Button. Mega geil. Alter Finne. Ich seh schon. Alter Finne. Nimm's dir. Ah, ne. Oder doch. Da muss es hin. Aber wo ist der letzte Würfel? Ah, da muss einer noch hin. Nein. Nochmal. Nein. Nicht wegschmeißen. Nehmen. Jumpen. Ablegen. Aber wo ist der letzte Würfel? Ah, da ist er. Ah. Da ist er mal mega geil. Nein. Ah, ich bin so inkompetente Scheiße. Ja, Armin, ja. Was bist du? Wie mach ich das jetzt? Wie mach ich das jetzt am besten? Ähm... Aber ich muss hier eine Aufnahmepause machen. Also machen wir das. Dieses Rätsel in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis demnächst und tschö, tschö. Ciao.